PEGGY18 Fahrwerk ausfahren Fahrwerk Hilfe SOS SOS Funktioniert ja gar nicht Mist Tod bin ich Leute Hätte ich mal den Unbesiegbarkeitscheat benutzt Dann wäre mir das nicht passiert Jo, ich war gerade im bekannten Fort Und hab mir natürlich Aus dem Chat gekauft Äh, den Chat geholt einfach so Und jetzt bin ich wieder Im guten alten Chindy Show Oh, der fuck läuft denn der ab? 5000 Dollar hab ich verloren Muss ich gleich mal wieder an der Börse verzocken Mh, ach Musik in meinen Ohren hier Die geile Minigun Oh, da hat doch irgendwas gebellt Ich mag das nicht, wenn was bellt Ah, wo ist dein Hund? Wo ist dein Hund, wenn man ihn braucht? Mal gucken, wenn ich das Herrchen angreife Vielleicht Kommt dann der Hund Um das Herrchen zu retten Hallo? Keiner da Okay Glaube ich mal die Karre Ja, so Reiner mit Jo, Kopf-Dummy So Radio aus Und los geht's Hey Digga Bleib mal stehen Hallo Weißt du nicht, Mann Was hast du gesagt? Boah Boah Boah, nicht mit mir, Digga Oh, stirb Burn 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 What the fuck? Bin ich betrunken, oder was? Komisch So Bis dann Ciao Oh Warte mal Was war denn das hier? Da hinten ist ein H Das bedeutet H für Helikopter Ich glaub da hinten gibt's einen coolen Heli zum klauen Dann fahren wir da mal hin Und gucken mal, ob's da wirklich ein Heli gibt Oh So So Da ist ja mal ein Hangar Den hab ich ja gekauft Für Für Paar zigtausende Dollar Und nicht nur ein Hangar hab ich Sondern auch ein geiles Flugzeug So, jetzt stirb mal Ja, rein damit Oh, what the fuck, ein Dock Ein Dock Ich muss den Hund einfach abknallen, Leute Es tut mir leid Ja, doch nicht Machen wir lieber ab Komm schon, Drabber Rein da mit dir Wir haben keine Zeit mehr Sagen wir's Das geht nur schief hier Also volle Fahrt nach vorne Ah, komm schon Ich kann I can fly I can fly I can fly I can fly I can touch Du Sky Sky Oh mein Gott Oh mein Gott Das war ja aber echt mal knapp jetzt LCDP Police So ist mein Schalldämpfer Ich kann deine Beine sehen Ich hab mal dem was nicht gerechnet, oder? He, he Stirb, du Bulle Ey, du machst ja Breakdance Breakdance, yeah Is Gangster Paradise Geist, da, 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 da Ja, oh man, aber echt ein guter Breakdance, muss ich sagen Oh, oh, was kommt denn da? Angeflogen Bleib mal stehen Ich triff dich nicht Yo Headshot Mist, gepanzerter Mann Der ist gepanzert Nein, ich treff noch Falsch am Sprung Oh nein, ein bisschen zu niedrig Nein, ich wurde geblitzt Egal, Leute Ich sag tschau, bis zum nächsten Mal Euer YouTube Gamescom auf der Playstation 3 Tschau